Die Playoffs sind alles oder nichts. Alles auf Null. Es wird Zeit, dass es wieder losgeht. Die Härte, die Action. Jetzt beginnt das reale Spiel. Man braucht neun Siege zur Meisterschaft. Da geht es um alles. Es ist ein Ausnahmezustand, die Playoffs. Da dreht eigentlich jeder Eishockey-Fan hoch. Da ist jeder auf einem ganz anderen Level. Das ist die Chance. 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 Every mistake you make could be the difference between winning a game and moving on or packing your gear and going home. Be a man, play like a man and good things happen to people who work hard. When we come out of the gates, the lights come on, when the smoke goes and you see the fans after not seeing them for so long, got goosebumps again. Ohne Fans ist der Sport halt einfach nur die Hälfte gelb. Mannheim ist für mich Eishockey-Stadt. Die sind unser Jungs, ich steh mal hinten drauf. Egal wie. Jeder gibt immer ein bisschen mehr bei den Playoffs, das hört man selbst unter der Maske noch. und man kann die Atmosphäre hier und das gibt uns definitiv einen extra boost. Wir haben älter Fans hier. Ich bin wirklich froh, dass sie unser siebter Mann sind. Sie wollen gewinnen. Sie wollen gewinnen. Sie wollen gewinnen. Sie wollen gewinnen. Das ist ihr Leben. Ich bin ehrlich Charlotten. Wir können wie das Euchw different ist jetzt sicher bunny gerade und Aut nobody historisch zuいse. Ich bin auf Eiweiß mit Raven. Sie wollen gewinnen. Das ist irgendwann mal weiß sie Sie wollen gewinnen. Ich bin lang. Sie sollen W Pump Gordon Untertitelung des ZDF für funk, 2017